So und weiter geht's bei Let's Play Minecraft. Ich schaue jetzt zumindest mal ganz schnell von der anderen Seite aus an. Von dieser hier. Also wie gesagt, hier passt's. Ähm, genau. Ja, dann gehen wir jetzt einfach hier. Runter. So, damit geht man hier so. Dann. So und so. Ich hoffe, das geht jetzt aus. Nee, das geht nicht aus. Denke ich mal. Nee, geht nicht aus. Aber wir können ja hier auch schon gleich wieder hoch gehen. Warum geht das nicht? Doch, geht nicht. So. Dann machen wir hier so eine Plattform. Dann könnten wir hier einfach meine Taste Twitch bin gerade. Ähm, so. Ja. Noch mal ins Zeichenbrett, würde ich sagen. Ähm, so einfach. Ja. Mach mal die Fakul mal schnell da hin. Ja, ich rede jetzt gerade ein bisschen weniger, weil ich muss mich konzentrieren. So. Genau, aber dann müsste es eigentlich aufgehen, oder? Ja, kann ich das? Und das? Okay, das kann ich wiederum nicht kaputt machen. Ähm. Das wäre aber nicht so schlimm, denke ich. Ja, doch eigentlich schon. Ja, das geht doch auch anders, nochmal. Ja, nochmal. Schau mal, wenn ich erst hier hochgehe, dann würde es wieder passen, oder? Dann würde es mir hier besser gefallen, mit dem Ding. Genau, dann bauen wir hier das dann mal so. Oh, ich vergesse das immer. So. So, genau. Äh, ja. Ja. Genau, dann machen wir das hier jetzt einfach. Passt. Hier kommt noch ein Queenie hin. Und hier. Und hier. Ja, wir brauchen noch. Ja, wir haben noch einen ganzen Stack. Gut. So, äh, fail. Ja, gut, dann passt das hier. Eigentlich ist das unnötig, oder? Können wir auch so machen. Ja. Genau. Das ist das wie schön, ne? Ich glaube, jetzt mal, da bauen wir jetzt mal hier schnell die Kohle noch ab. Und so, passt das. hier noch eine clean stone passt auch und ja fackeln wir jetzt nice aber haben wir keine geben wir jetzt einfach mal die da so dann haben wir das problem jetzt auch gelöst das kann man hier einfach so schön runter gehen so und dann ist man hier genau jetzt haben wir noch acht stück das wird glaube ich genau wegen einem nicht reichen ich glaube ich habe hier unten irgendwo noch nicht liegen lassen okay hier ist also aber so eine richtig fette schlucht hier gut zu wissen gut zu wissen hier ist der monst schlucht runter ja so dann passt das jetzt so genau gefällt mir doch das reich theoretisch das lassen wir glaube ich okay passt doch gefärbt so hier könnte man natürlich auch doch das ist das gefällt mir irgendwie gerade gut wie kann man hier diese wegpunkte wieder löschen machen wir jetzt einfach mal auf genau jetzt ist auch eine mutter gut ja wie gesagt hier würde ich mal so in die richtung dann langsam gehen aber naja können wir jetzt mal schauen wie weit ich habe jetzt keine fackeln dabei so immer noch ein bisschen immer noch das gibt es doch nicht wie weit denn hier noch Junge machen wir hier mal zu ja ich glaube das reicht dann ja weiter würde ich jetzt nicht gehen weil hier ist das wasser noch einigermaßen zeigt dann ja vielleicht noch ein bisschen ja so weiter auf keinen fall also das ist was jetzt zu tief wird jetzt eh schon zu tief sein ja dann gehen wir mal schnell zurück hier ist cool ja aber die interessiert jetzt eigentlich keinen ja ich sag einfach bis zum nächsten mal entweder ist let's play minecraft oder let's play call of duty oder let's play star trek online oder let's play was weiß ich also bis zum nächsten mal euer killer party also bis zum nächsten mal euer killer party